Alles an äußeren Eindrücken wird ungefiltert aufgenommen und weiterverarbeitet. Das ist unglaublich anstrengend für hochsensible Menschen. Zu einer Überreizung kommt es, wenn eine hochsensible Person keine Möglichkeit hat, zur Ruhe zu kommen oder sich zurückzuziehen. Diese geballte Flut an Eindrücken, die verarbeitet werden muss, ist zu einem gewissen Zeitpunkt dann einfach zu viel. Es gibt Ähnlichkeiten zwischen Hochsensibilität und ADHS und auch dem Asperger-Autismus. Es sollte versucht werden, dies abzugrenzen, am besten mit einem Psychologen, um dann individuell passend begleiten und agieren zu können. Zweites Kapitel. Wie äußert sich Hochsensibilität bei Kindern? Ein Baby, das ohne Unterbrechung am liebsten im Tragetuch bleiben möchte, eine unendliche Eingewöhnungszeit in die Kita, ein erschöpftes Kind nach einem Kindergeburtstag, das könnten zunächst auch normalsensible Kinder sein, oder nicht? In den folgenden Kapiteln wollen wir Ihnen aufzeigen, was Anzeichen für ein hochsensibles Kind sein können. Je nach Alter Ihres Kindes ist es wichtig zu wissen, wie man mit einer Hochsensibilität umgehen muss. Allgemein kann beobachtet werden, dass hochsensible Kinder oftmals kreative Köpfe sind und sehr einfühlsam agieren. Auf der anderen Seite jedoch mangelt es ihnen oft an Geduld und scheinbare Lappalien können sie aus der Ruhe bringen. Sind Kinder generell schon impulsiv, so ist es bei hochsensiblen Kindern in einem nochmals gesteigerten Maße. 2.1. Säuglingsalter Bereits Babys können hochsensibel sein. So irritieren bereits schnelle Lichtwechsel wie in einem Tunnel oder auch hohe Temperaturunterschiede einen hochsensiblen Säugling immens. Hochsensible Säuglinge sind unglaublich interessiert an ihrer Umwelt, bleiben aber sehr lange in einer Beobachterrolle. Gegenstände selbst erkunden zu wollen, scheint erst einmal überhaupt kein Bedürfnis von ihnen zu sein. cinco Minuten Pause 2.1. Säuglingsalter